Herzlich Willkommen zurück mit Fisk Kunran, Dalukat, GoodGaming, Botzer, Korobai, Maxi McFly, Kapuzenwurm und mir Nefias zu TTT. Bevor wir angefangen haben, drei Rundenfolge Traitor gewesen. Schade, dass ich's nicht geworden bin, Maxi, das wär wieder so ein Instant-Ding geworden. Ich hätt's mir nicht verkneifen können. Jeder von uns hat jetzt unten links noch nen Namen stehen. Den musst du versuchen zu beschützen. Ja, 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 ja. Das hab ich schon verstanden. Ich bin so nervös wie ich bin. Hamdalu und Kapuzen. Du hast auch auf mich geworfen. Das hab ich schon gemerkt. Ey, nicht hau... Ey, werfen! Mit den Koffern! Ich hab nur noch 75. Ja, dann wirf doch. Du hast doch auch geworfen. Ja, genau. Genau, du musst den töten, der da ist. Kapuzencho! Ich werd verfolgen. Ich hab keine. Fisk, wo bleibst du? Nee, die geb ich dir nicht. Bitte! Oh, ey, komm zurück! Hey! Hinter dir! Lebst du noch, Fisk? Bei mir sind die Scheiben noch ganz gut. Fisk? Okay, wir können die Waffen tauschen, okay? Hey, bei mir sind hier gar... Goro ist es! Goro, bye! Mach den fertig. Wieso hat er meine Waffe nicht gewonnen? Er ist hier oben. Ganz oben drauf oder in den Gängen? Er ist tot. Einer hat ihn erschossen. Ich glaube, ich hab ihn erwischt. Sicher? Oh, ne Harpune! Wie krass ist denn denn gestorben? Und ich hab' n' bloody Knife. Krass, echt! Alter, Nils hat ein Messer! Komm, ich mach jetzt hier so'n Throwing-Knife-kill. Hallo! Du bist hier hochgekommen? Was ist so tropisch passiert bei euch? McFly, McFly ist es. Ja, ja, gleich. Hä? Da ist noch einer abgeknallt worden. Fisk, warst du das? Nein, das war gesnipet vom Dach. Da drüben, wer ist da drüben? Nephi! Nephi oder Dalu, einer von euch beiden hat den Detective gekillt. Nephi, du hast einen Sniper in der Hand. Nephi schießt auf mich! Ne, Leute, ihr seht es! Nephi schießt auf mich! Ihr hört es! Ich schieß jetzt mit der Pistole. Was passiert da drüben? Hilf mir doch einer! Wir beobachten hier nur, Fisk und ich sind stille Beobachter. Aywe, du knallst mich von der Seite ab. Dann ist es Dalu, oder? So ein Quatsch! Ja, wieso hat er denn auf dich geschossen? Hallo, jetzt wird schon wieder auf mich gesnipet! Ich hab einen HP! Ey, hab doch einen Rat! Ich will jetzt auch nicht noch Kundran töten. Es ist Dalu. Gehen wir rüber. Hey, ein da ist schon tot! Goro ist schon tot! Und du weißt, dass es nun zwei Trader gibt? Ja klar, weil Maxin der einzige Detektiv ist! Oh, ich war drei... Ich bin da auch vermutet. Drei Mal sind wir noch eine Trader! Haha, ich bin ein schönes Mal Trader! Fisk lebt auch noch. Hat die Server-Configs bestimmt extra so gemacht. Kapuze ist tot. Und Kundran hat Kapuze erschossen. Da, was liegt da? Da ist Kapuze, glaube ich! Weh, ich werde jetzt abgesnipert! Fisk, was machst du hier bei mir? Ich hab dich gefunden. Haben wir doch drei Trader? Eigentlich haben wir nur zwei. Warum kommst du zu mir hin? Weil ich dich gefunden habe. Vor allem, woher weiß er, wo du bist? Wer ist das? Da ist Kundran. Wo ist er denn? Der war hinten in der Ecke. Leute, können wir Kundran erschießen? Dann ist die Runde vorbei. Kundran hat alle getötet. Alles klar. Da vorne ist Fisk. Hm. Was machst du da? Kundran ist tot! Dann hat Grintran ihn erschossen. Ich hab ihn nicht erschossen. Wo ist er denn? Wo ist die Leiche? Dann muss Fisk da hinten sein. Nee, ich leb doch noch. Ja, deswegen ja! Und wenn Kundran der tote ist? Ich bin bei Maxi McFly. Das Leiche, Mann. Also Dalu ist auf dem Dach. Ja. Der hatte auch... Kundran, das Leiche liegt bei Fisk. Wo ist er denn? Wo soll denn hier eine Leiche sein? Hast du gegessen? Ist es überhaupt... Ja, dann ist es Dalu. Kannibalismus. Er hat sich wirklich geheilt! Wer hier hochkommt, stirbt. Ich bin bei dir. Also in der Nähe. Ich stehe unter dir. Du würdest hochkommen. Ich will ja nicht sterben. Sag mir, wo Fisk ist einfach. In der Glaskubbel da... Wehe, ich sterbe. Er ist in dem Glasgang. Wo der zieht auf mich. Wenn ich jetzt nicht mehr rede, dann hat Dalu auf mich geschossen. Er zieht auf mich. Ah, hier ist eine Falle. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ja, das gleiche gilt für dich. Ja? Wo ist er? Wo ist er hin? Da hinten ist er. Wo ist er? Der Poster schießt. Ja, ach nee. Alter. Ist es doch... Du bescheuert. Halt, ey. Okay. Meinst du wirklich, dass es Dalu ist? Ich weiß es nicht. Nein, er hat... Ja, jetzt verdächtigst du mich. Was soll die Scheiße denn? Wo soll Kundran sein, ey? Einer von euch hat ihn getötet. Er wird doch sonst was sagen, Leute. Ja, oder er spielt halt gut. Kann ja auch mal passieren. Ja, in einer halben Stunde. Das ist ja leider jetzt was gesagt. Ich glaube, du bist tot. Alter. Oh. Sehr gut, Grants. Sorry, Goro, dass ich dich doch nicht besser beschützen konnte. Nils hat ab, ey. Der hat mir das schon dann auch entfernt. Ja, ich dachte, Dalu hat den Detective euch aus. Fällt es halt um. Ja, was war da los? Wieso war der Detective auf einmal darum? Weil der Detective Nils getötet hat. Ja, aber der Töne hat auch nicht. Oh, er muss Trailer sein. Spielen wir mit den Regeln jetzt? Oh. Ich hab ja nur einmal in die Richtlinie schossen. Vendetta, Vendetta. Ja, Oster siehst du den Kopf, oder was? War da noch ne Scheibe dazwischen? Und dann hast du ne ganze Zeit auf mich geballert, ey. Boah, Alter, der ist aber abgegangen. Ja, natürlich. Dann hätt ich auch 100 Mal geschossen. Dann wird die Runde nicht länger als Schwarz-Brandgranate. Goro? Ja, bitte? Hattest du mal namentlich so, ne? Nein, deswegen... Aber ich hab's ja... Alter. Die anderen sehen das dann. Die anderen sehen das, wenn du dein Detective... Wo gehst du hin, Nils? Ich lauf jetzt mit den Zügen lang. Ich hatte Kundran als Target. Und ich habe nur Blüten. Achtung, auf dem Bahnsteig, da liegt ein exklusives Fach. Ja, warte. Ich werd's kaputt machen. Genau. Ich hab's ja auch empfangen. Ja? Ja. Eine Mikro im Büro. Macht Spaß. Hallo, was hast du da für einen Error? AK4, oder? AK4. Genau. Nils, du bist aber erst seit zwei Wochen dabei. Lügen. Selbst Kapuze hat die AK4, ey. Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse ist schon out, Kapuze. Das sagen wir nicht mehr. Nein. Da brauch ich die Leiter nicht runterzukleppen. Mit der Waffe hab ich die gerade auch kaputt geschossen. Da ist Blut. Da ist Blut. Da ist Blut. Da ist Blut. Gut Gaming hat kein Leben mehr. Ist das verboten? Die China-Woche. Die China-Woche bekommt mir nicht gut, ey. Ne, die Asia-Woche. Knapp, ey. Dann kriegst du deine Tage, ey. Revolution! Hey, was soll das? Hey, Alter! Goro, schieß auf mich! Goro ist es! Hilfe, Kapuze! Alter, Goro! Wo ist er? Ich schlag ihm! Komm raus! Ich hab ne Mikro! Scheiße! Er hat ne... Er hat ne Mikro. Wir haben alle ne Mikro, Goro. Gangster ist ein Mikro. Wie Gangster ist ein Mikro? Hey, was wollt ihr tun, wenn da auf einmal ein explosives Pass zu euch kommt? Ah, es brennt, es brennt! Ah, es brennt, es brennt! Ah, es brennt! Der Tisch brennt. Wer war denn da? Ach, für die Mikro! Ah, Kundran kommt, Leute, Vorsicht! Ja. Hier, Kundran, komm, wir machen da oben Party. Nee, danke. Dalu steht da vorne und erzählt da vorne. Leute, Kundran und ich komm wieder mit einem explosiven Fass! Das ist ja der doofe Dienst, oder? Nee. Derjenige, der das geschrien hat, war das vielleicht. Manchmal nicht. Der muss andeuten gewesen sein. Ey, wer schießt auf mich? Oh! Du hast das Ding kaputt geworfen. Nee, wir hast ein Fate gekauft. Warum? Nur so informativ. Ah, da ist Maxi. Ich such das exklusive Fass, wo ist es hin? Wir haben gleich einen neuen Mitspieler, einen Debütanten. Wie wär's denn? Oh, Pixelspaß. Junge Debutantinnen in Prag. Oh, das geht mal fix. Was passiert? Uwe, pass auf! Wie wär's eigentlich jetzt, wenn hier einer nach heilig getroffen würde? Pixelspaß. Wär geil! Das wär nicht gut! Pixelspaß, das ist nach Bitporno! Oh! Ohohoho! Du guckst hin, wie hast du das weggekletzt? Ich schieb sie mit dicht auf die Gegend. Oh! Oh! Die Sniper schon wieder! Was? Die Vorbos! Wär doch ärgerlich, wenn die Mikrowhehn tötet! Das wäre echt ärgerlich. Aber wie wird es denn, wenn du damit stirbst? Ha, ich habe ein Schutzschild. Oh, hast du gesehen, wie ich das geblockt habe? Oh, nochmal. Der da hinten snipert auf uns. Wer war das? Hey, das war Nils. Komm, wir legen da einen Tisch drüber. Das fällt nicht auf. Ey, Kapuza hat mich getötet. Ey, der war Traitor. Gut gemacht. Guck mal, ich habe Goros Leiche hier gut entsorgt. Fällt doch fast gar nicht auf. Goro, ich habe dich gerecht. Warte, hier, bei Nils machen wir das Gleiche. Oh, du es nicht verdient hättest, Goro. So. Ey, geh da weg. Oh, was habe ich da verloren? Warum denn? Was ist halb 14? Sieht doch fast aus wie immer. Es ist halb 14. Fällt fast gar nicht auf, dass hier Leute gestorben sind. Oh, shit. Sorry, das war zu schlecht. Das sind aber Flecken auf dem Kaffeetisch. Ey, warte mal, Dalu ist es. Was? Der kam hier gerade hochgeflogen. Äh, ich bin von oben runtergeschwungen. Ach so, okay. Ich habe mal gesehen, wie du auf einmal aus dem Fenster so reinkamst. Ich bin vom Dach rein. Warte, was habe ich da für eine Waffe? Wo? Die Type 14, was ist das? Ach so, so eine zweite Weltkriegswaffe. Das ist eine Traitor-Waffe. Nein, aber Kapuza hat ja den anderen Traitor gekillt gerade. Ja, außerdem, man kennt ihn doch. Ey, Maxi hat auf mich gezahlt. Das war schon mit Absicht. Ja. Ey, das ist ja das Problem. Dalu, was denn? Irgendjemand hat auf Maxi gesnipert. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie das war hier. Ich habe keine Sniper. Mit der kannst du auch snipern. Nein. Hör doch mal. Die macht so. Jetzt erschießt er mich, ey. Hör doch mal. Ey, Botzer, kaufst du gerade ein? Nein, nein, nein. Ich glaube schon. Ich habe auch keine Zweitwaffe-Sniper oder so. Ey, Maxi, pass auf, Botzer. Ey, was hat er jetzt in Ordnung? Hier, guck mal, meine Zweitwaffe, Maxi. Die Sniper, die dich eben angeschossen hat. Ja, ja, ich sehe schon. Maxi, töd den. Mit was denn? Ey, du hast doch eben einen Traitor gemacht. Jetzt mach deinen Scheiß, Kapuze. Ja, ich, aber nicht du. Das war Nefi. Der schießt auf uns. Nein, es ist Kunran. Ey, Nefi hat gerade, wem hast du gerade gekillt? Es ist Kunran. Warum schießt der einfach? Was? Was? Aber wir waren ja auch so schnell. Aber wir waren ja auch so schnell. Ey, ich weiß nicht. Ey, du bist du da. Das. 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 Gut gemacht, Kapuze. Aber du hast es auch abgedacht. Nein, du hast es auch abgedacht. Nein, du hast es auch abgedacht. Entschuldig. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich hatte keine Sniper. Ich wollte nur ein bisschen Action machen. Nein. Komm her. Komm weg. Komm runter da. Der Kapuze ging die ganze Zeit bei Botz da rum. Das war ein bisschen unprachlich. Ja, du bist mit auf dem Zuber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Danke. Stell dich mal vor, falls die Leute dich nicht kennen. Sag mal was. Das ist jetzt deine Anwärterphase. Ich geb dir das Mikro. Das ist schon der wichtigste Teil heute. Dankeschön. Schon verkalkt. Wer bist du, wo kommst du her? Ich bin der Wissenspaß. Ich bin 35 Jahre jung und komme aus der Nähe von Frankfurt. Was spielst du so? Bist du noch Single? Oh no. Oh noes. Ja gut, vielleicht kommt ihr noch was besseres. Lass ich noch weiter reden. So, aber jetzt erst mal herzlich willkommen bei TTC. Dankeschön. Verdient, Goro, verdient. Nehmt Goro noch? Oh, ich hatte nen Lack eben, ey. Ja, Goro, das ist... Stopp Porn Download. Der war gut. Ey, Kapuze. Es ist Dalu! Es ist Dalu! Es ist Dalu! Denkt dran, Leute, wir haben jetzt drei Traitor. Wir haben jetzt drei Traitor, Leute. Allgemein Regeln, Pixelspaß kennst du aber, oder? Also, TTT beworben. Pixelspaß hat eingekauft. Ey, scheiße, warum leckt das so bei mir heute? Links unten steht ein Name. Welcher Name steht bei dir links unten? Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall musst du... Also, wenn der Traitor ist, dann darf er in der nächsten Folge dabei bleiben. Weil das wirklich... Und wenn er Inno war? Nicht. Was ja nicht besonders ist. Mein Name, deswegen hinter dir wird das Fass. Och Gott. Das Fass ist hochgegangen, will ich schon sagen. Müssen wir prüfen, ob da eine Leiche liegt. Ja, Kondra lebt noch. Ja, Kondra lebt noch. Oh, Kapuze! Kondra, Kondra, sagt was! Hey, Kondra! Kondra, der lebt noch! Kondra, der lebt noch! Kondra, der lebt noch! Kondra, der lebt noch! Okay, ich erschieß mich selbst. Spider-Man! Oh nein, Kapuze! Oh Gott! Warte mal, da ist gerade was explizitiert! Kapuze den Spider-Man, den Huxel. Der Detective auch schon seit 80 Jahren. Den Spider-Man. Genau. Ihr lauft hier rum und ihr habt kein richtiges Skin. Was machen sie hier? Das ist normal. Ich hab Lacks irgendwie. Belästigt sie, belästigt sie. Connected grad noch einer? Nee, das liegt nur an mir glaube ich irgendwie, weil Teamspeaker ist auch immer ganz kurz dauern. Das ist, weil du die Asia-Wochen hast. Deswegen höhere Probleme. Alter, Aua! Irgendjemand hat mich angeschossen. Der Goro ist ein witziger Junge. Ja, danke schön. Das ist ne U-Bahn. Jetzt weiß ich, warum ich den Österreicher vermisst habe. Ne U-Bahn. Ja, wenn ich so ein Schamant, Alter. Sehr zuerst. Schamant wieder. An dem Satz davor, Nils, hast du doch schon gemerkt, dass er keine Ahnung hat. Boah! Versteh ich nicht. Ich bin Detektiv Feuerfrei. Detektiv Feuerfrei. Detektiv Feuerfrei. Detektiv Feuerfrei. Okay. Schön uns gesetzt halten, Herr Kuhn dran, gell? Könnte Fisk sein. Ja, ja. Wie täpft warst du die ganze Zeit hinter mir? Könnte es das auch sein. Guck mal, wie ich jetzt kapuze. Drückt mal einen Tappen. Hinter dir ist Kuhn! Oh! Das war der Dienbranz. Hier ist ne Leiter. Boxing kaputt. Oh! Er macht's direkt, ey! Schlägerei ist hier im Gange! Rudermann! Rudermann! Die pöbeln sich! What's da, Detektiv? Ja, ich weiß! Ich guck zu! Oder vielleicht, er schlägt mir beide. Zehn Euro auf Goro! Sollen wir da vorne der Dalu-Kart rücken? Es sei denn, ich bin sein Tag. Wie wärst du mit nein? Aber dann hätte er nicht so viel kassiert. Au! Nein, nein, nein! Er schlägt nicht so runter und ist am Ende... Das magst du immer steig, wenn überhaupt. Okay, lass mal das. Moment! Nefi ist tot. Wieso ist er eigentlich tot? Mit ner Glock. Wer war das denn? Mit ner Glock? Das muss er noch... Ja, Deadring! Da oben! Wer war das? Wer ist da denn runterge... Ich hab Nefi getötet. Ich hab Nefi getötet. Vor allem mit ner Glock. Das kann doch nicht. Mit ner Glock. Ja, gut gemacht. Okay, also Nils ist ein Guter. Das kann man schon mal sagen. Kunran auch eigentlich. Das ist generell. Du bist da draufgeschossen. Generell, Leute. General! General, ey. Lebst du noch? Der General! Kapuze! Wer war das? Pixelspaß? Ja, hier. Fade. Fade. Ach ja, stimmt. Der hat Nefi getötet. Völlig losgelastet. Anders hat man den nicht gekriegt. Ist Nefi nicht runtergefallen? Äh, nein. Was? Ja? Ne, Nefi doch nicht. Ne, nur seine Leiche. Kunran, du bist safe. Oh, da hab ich ein Grappling-Hook gefunden. Wie, du hast einen gefunden. Dann, dass MacFly es. Ich hab den von Kapuze gefunden. Ey, Moment, wieso gibt es zwei? Äh. Dann muss es McFly sein, Leute. Ich hab den Askener, Leute, müsste McFly sein. Ich bin aber Detective, leider. Weil warum sollte Granz sich auch ne Grapplinghook kaufen? Der ist ja im Gegensatz zu Kapuze nicht ganz so bescheuert. Eben. Aber nicht ganz. Niemand ist ja nicht ganz bescheuert, verlieh ich ihm den Knopf. Ey, wer hat Dalu getötet? Also den Hilfssheriff. Ja, McFly. Das war der Silence Abel. Oder hier. Wo liegt der denn? Ja, der Silence Abel. Hier oben auf dem Dach. Ah. Goro, du knackst. Goro. Niemand knackt. Oh! Niemand knackt. Was? Ey, hier äh, fixe Spaß. Was denn? Fixe Spaß? Glaube ich wirklich, oder? Hier wurde jemand weggesnipert auf jeden Fall auf offener Straße. Auf offener Straße? Auf offener Straße. Wo ist denn hier in der Straße? Hier oben auf dem Dach. Ich dachte auch der Herrschi. Passwort please. Kapuze. Grüßt euch Leute. Unter dir ist einer. Im Haus Potsdam. Oh! Meinst du wirklich, ist es Pixel? Nein. Ich glaub nicht. Ich glaube es ist Fisk, ehrlich gesagt. Okay, wenn einer Sniper dich sehe, jemanden auf dem Haus stehen. Das bin ich. Hallo? Da oben. Er steht unter dir. Achso. Ich spring jetzt Fisk einfach auf den Kopf. Das ist auch in Ordnung. Ah, er hat mich gesehen. Shit. Oh, das war... War so unerfällig. Ah, der Kundelein ist hier unten. Ja. Und hier ist Pixel. Wenn du mir hier auf dem Kopf fliegst. Ja, was denn? Box Fisk, Pixelspaß. Haben sie Angst? Oh Gott. Ich boxe zurück. Du hast grad wenig Leben. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ne, deswegen nur. Ja, weil Goro mich vorhin gehauen hat die ganze Zeit. Ist doch nicht verboten. Apropos Goro. Hast du den jetzt schon rumgebracht? Nein. Warum sollte ich? Weil es dein Target war? Dann hätte ich ihn vorhin ja rumgemacht. Aber in der Tat ist er ruhig. Nice. Ja, ich hab Goro getötet. Ja, okay. Nee, wie? Kann es sein, dass ich dich in den Dead Ringer geschossen hab? Ja, hast du. Und dann hast du gesagt, warum schießt du mich an, obwohl du im Dead Ringer warst? Weißt du, weil ich das gecheckt hab? Weißt du, weil ich das gecheckt hab? Ich hab nämlich mit der Sniper auf dich gezielt und kam nicht mehr aus dem Modus raus. So, fuck, ich bin im Dead Ringer. Ich hab den Schaden nämlich nicht bemerkt. Du bist so umgefallen und so drei Sekunden später sagst du... Du schießt mich an. So, und hier wird umgebracht mit der Glock vor allem auch nur so... Hä? Du schießt mich an. Dann macht er die Anonymus und ist im Dead Ringer ansprich. Der Anonymus war auch, ey. Anne war super. Oh shit, die erste Runde. Wer mich anschießt, ey. Nächste dritte Runde. Achso. Der Plumpster geht um hier. Entschuldigung. Das explosive Fass geht um wer es fängt oder lacht. Hier! Mit ner Glock. Du, Bösewicht. Ich hab euch jetzt im Auge, ne? Böse ist der, der Böses tut. Du bist ein böser Mensch. Böse ist der, der Böses zulässt. Auf den Detektiv fliegt ein Fass. Oh, da kam ein Lüb. Ich schieß drauf. Ein Lüb. Hallo? Ey, ich hab's gehalten. Du nicht, Goro. Dann bist du's. Ich hab meine Frage falsch ausgeführt. Ey, jetzt wurde ich angeworfen. Ja, zu recht, zu recht. Ey, Pixel geht einfach am explosiven Fass vorbei. Bist du gut, Gaming? Nils war zu nah an der Explosion und hat Rauch reingehaut. Die gute Mikrowelle, Pixel, Spaß. Da oben, da oben! Da oben ist ein Mörder! Er kommt im Treppenhaus, im Treppenhaus, im Treppenhaus. Ja, das ist Goro, oder? Im Treppenhaus, ist wieder einer Tod. Ja, das war Goro. Gut gemacht, ich hab mit drauf geschossen. Also nicht mehr hier unten, aber er war auf jeden Fall schon hurt. Ey, guck, was ist da? Ja, ich bin ja wohl safe, ich hab Goro gecheckt. Jaja, klar, klar, klar. Wo liegt Goro? Hier in dem Raum. Da liegt er. Der Boy. Achso, als Detektor hast du auch einen Shoppixel, wer weiß ja. Jaja, ich weiß das. Ha, ne, viel hängt in der Luft. Bissl aufpassen. Du, freundlich, Santa, gell? Sonst... Glaub ich will hier lieber weg. Aber schmeißen wir die Sachen, ey. Ich war das nicht. Ja, Dalu ist das. McFly snipert. Also Dalu macht die ganze Fenster kaputt hier. Ich hab ihm aber wohl verraten, wo er ist. Ich hab auch verraten, wo er liegt. Ohne Milch hättet ihr nie gefunden. Popkill ist nicht. Ohne Milch hättet. Popkill ist hier sehr wohl. Das müsst ihr leider noch lernen müssen. Also ich halte mal das Fisk von Goro. Not on my watch. Wäre nicht das erste Mal aus dem Pop-Goro. Ja. War knapp. Leider. Das ist gut gaming. Wer ist das? Fisk? War Fisk eh noch? Ja, aber er wurde von Goro getötet. Ah, okay. Wenn die Türen hier nicht zumachen können. Der arme Goro. Der Goro? Machst du da Pixel? Dann ist es Kapuze. Ich guck nur, was ihn macht. Goro? Er wollte sich nicht böse. Er schumpst mich hier runter, Leute. Er wollte unsere ganze Organisation unterwandern, ey. Oh, dieser böse Botz. Dieser böse Botz? Hey, wer hat ein Fisk getötet? Irgendwie kann man da nix machen. Leider ist schon nirgendwo hin. Achso. Da oben geht's nicht. Bin ich da jetzt rein? Es fliegt die Akentasche. Doch, die geht unten raus. Aber ich seh keine Leiter nach oben. Doch. Komm mal. Komm mal wieder hoch. Der will dich umbringen. Ja, nein. Doch. Nein. Mach mal Taschenlampe an. Dann siehst du die Leiter. Mach Taschenlampe aus. Sie weckt die untere. Ja, ja. Ich seh, was du meinst. Da ist aber ein Leiter. Ist nur eine Fake-Leiter. Alter, jetzt kommen sie alle. Die fliegt ne Kaffeetasse, aber das ist nicht los. Ja, die geht nicht. Das ist Kaffeebecher-LP. Der neue jetzt? Ja, der richtige. Ah. Warum hat eigentlich gerade einer fliegt das Leiche gecallt? Das ist sehr auffällig. Was soll die Scheiße? Warum? Wenn man beim Ruf, wenn wir die Staatsgewalt rufen, das ist nicht gerechtigt gewesen, kostet so viel Geld. Notrufmissbrauchen. Ja. Notrufmissbrauchen. Ei, aua. Ja, das war Lalo. Schieber denn hier? Da hat keiner Damage bekommen. Das Aua war total üblich. Ich hab für die Scheibe gesprochen. Sachbeschädigung, weil man es auch nicht hier bin als Polizist. Schwierige Zeitung, da muss man aufpassen. Das ist doch eh wieder irgendeiner von den Campern. Fisk oder so. Nefi. Das wird eine Warnung sein. Ich hab Goro mitverpfiffen. Hallo. Oder Nefi, das hält sich eh nicht. Der Tisch. Kundran oder Fisk. Ich hab Goro gekürzt. Fisk ist schon tot. Und er redet, obwohl er tot ist. Alles klar, er wurde wieder mit mir. Fake-Leiche. Alles mögliche. Darauf werde ich ja den Tisch erstmal aus dem Fenster schmeißen, weil ich sauer bin. Es ist Kapuze, weil er nicht weiß, was er kaufen soll. Ja. Weil so viel Neues sagt. Ja. Lass einfach Kapuze mal töten. Mach das. Ja, mach mal. Wer ist dafür noch? Abstimmung. Ich bin dafür. Ja, reicht. Ihr Bobos. Also ich bin jetzt zu 50 Prozent. Er hat Kapuze gesagt. Hast du auch immer 50? Jetzt, wenn Nefi tot ist, sind es über 50. So eine Bullshit. Ist auf jeden Fall irgendjemand im Zug drin. Es ist Kapuze. Ich habe noch nie mehr Bullshit gehört. Wahrscheinlich im Zug, oder? Also irgendwer war im Zug. Ich weiß ja was. Leute, es ist confirmed. Hey, da oben ist Blut im Zug. Es 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 ist Blut im Zug. Wow. Wow. Hier war noch so viel. Ja. Ich leb noch. Ja, er ist unten beim Truck. Beim Truck. Beim Truck. Beim Truck. Bei dem Zaun. Ja. Oh. Ich helf dir. Alter. Hier, der kommt von rechts. Ich seh ihn doch. Ja, ich weiß ja nicht. Granare. Jetzt haben wir ihn. Oh. Wie bin ich geschont. Gut gemacht. Hey, McFly. Du bist so ein Vogel. Warum schickst du Kapuze den Franchise? Das war der mir. Hä? Aber Kapuze hat doch noch gelehnt. Ich habe mich gelehnt. Hoffentlich hat Nils den Faith. Ich hab da einfach mal drauf vertraut. Weißt du, ich vertraue demnächst auch. Wenn du verdächtig wirst, mache ich dich auch tot. Das ist gut. Ich mach dich tot, ey. Ich mach dich tot. Ich hab den da oben auf die Plattform gemacht. Hab ich den gemacht. Ja, aber du hast Kapuze fast getroffen. Ja, was heißt denn, Fass? Der ist da reingelaufen, oder? Ja, Kapuze. Rein mit dir in das Ding, Pixelspaß. So, rein. Ey, Gebet. Lass ihn da, lass ihn da. Wenn ich's werde, werde ich Pixelspaß propkillen direkt. Da sind's den Tod. Da sind's den Tod. Könnt sich böse Sachen können. Ich bin gespannt. Da kommt Fass. Haben wir jetzt hier einen Toten? Boah. 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 Oh, lauf, Go, lauf! Ey, halt hier ist einer tot, Kapuze ist erwischt. Kapuze ist erwischt. Scheiße, Mann, ich hab keine Waffe! Doch, okay, jetzt hab ich die stärkste Waffe im Spiel. Was, was ist der Tauter? Oh, hier ist der. Hallo, Esr. Ich war das nicht. Oh, was. Hallo! Wo ist er denn? Oben. Er ist hier. Hier. In dem Haus auf jeden Fall. Er ist tot, er ist tot. Warte, warte, der geht nicht hoch. Nee, warte, der geht nicht hoch. Nee, da. Ich will wen abschmeißen. Darf ich wen abschmeißen, Nephi? Ja, Kunran. Nein, er will. Da ist er. Er flieht. Hinterherwerfen noch. Herr Kollege, was sagt die Auswertung? Nephi? Was für eine Auswertung? Ich habe keine Auswertung gemacht. Du gehst auch viel zu leicht von dadurch. Einer von diesen drei hier in diesem Raum ist böse. Tixelspaß ist böse. Wo liegt der Dalu? Dalu liegt oben. Aber warum will Tixelspaß? Erstmal das und zweitens hat er auch sofort ziemlich zu mir hingedreht, als er meinen Namen gelesen hat. Tixelspaß ist auf jeden Fall. Er versucht mich umzubringen. Ich bin auf seiner Liste. Was? Ich glaube nicht. Was machst du da? Achso, eher Recycling. Warte, das geht ordentlich. Den kann man richtig reindrücken. Warte. Aber mit dem Kopf nachher ist es. Wer ist es? Pixelspaß? Klar bin ich. Wer sonst? Moment. Das geht eigentlich richtig gut. So. Perfekt. Wunderschön. Cycling hier so. Cycling? Ja, wir recyceln hier Menschenkörper. Ah ja. Wir sortieren aus. Kann ich ihn essen? Kannst du? Wunderhübschen Kunst. Machst du mit Dalu? Hab mir extra Kannibalismus gekauft. Achso. Was? Achso. War Dalu's Reiche dabei? Was denn? Ne, der wird hier rumknützig weg in die Blumen. Aua! Okay. Oh Mann, ey. W-wot kann man die verwerten? Weiß nicht, ich krieg Dünger oder so. Ist aber auch. Wat?! W-wot kann man die verwerten? Wieso? Glaubt, Grant ist es. Was ist es hier für ne Hitbox? Ich kann sie ihnen hier so nen Schalterjob anhängen. Aua! Warum lacht Potsdam so? Weil ich gerade gesehen habe wo Kapuze und Fisk sind. Warte, warte. So. Fisk? Watt du die Wie im Amt. So ist das in Wirklichkeit auch. Kunran, verfolgt mich. Was machst du mit der Leiche? Ich wollte auch wissen, wo die Leiche sind. Warte. Komm, McFly, wir machen einen Boxkampf. How about no? McFly ist es. Oh, es ist wirklich. Oh, fuck. Ehrlich war es? Moment. Einer von den beiden war Traitor. Guck mal bitte nach. Ach nein, hier ist der Deadwinger von Nalu gehabt. Oh, der Kugel. Der Klassiker. Wer hat den jetzt? Hey, warte mal. Nee, es ist Pixelspaß, Niffy. Ja. Alter. Wow. Oh, Bifi. Er hat ein Schwarz geschossen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tudu. Tschüss.